hallo könnt ihr mal eventuell betracht ziehen diese schiffe zu zerstören so und jetzt reparieren ein bisschen arg viel gerade mal den hier mal den hier du brauchst schon eine einfache stationen die passt dann schon und wir konnten mal hinten weiter während wir hier einen kubus bauen und hier diesen sondervor ich habe gleich aber gleich es ist ein 400 die litium 600 die zum war und dann machen wir schnell zuerst die zwei jahre ja ihr habt euch gut versteckt vor dem feind das muss ich jetzt zugeben eigentlich nicht aber naja er wollte heute 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 nicht da einfach nicht da rein fing ja wenn ihr ups was ist mir das sind genügend und haben wir da eben ja ich glaube wir haben da gerade einen kleinen schützpunkt gefunden er wird natürlich umgehend vernichtet ja für die karte einfach alles und der überlebt aber okay ich möchte trotzdem dass du ich habe auch jetzt und dass wir was zum geier was waren die sitzt hatte mir gerade ausfall verursacht hat er hat er messer sonne zerstört das ist ein kollektor zerstört ich glaube ich spinne hier nein das angreifen das war schon richtig ein bisschen mehr die zu mir abbauen das kann ich so finde ich gut heißen können wir jetzt wieder was ja aber diesen sonne und neuen taktikobus nach der sonne frische gut also was wir haben wird jetzt hoch geworbt die torpedische geschütze wenn es nicht schon machen hoffentlich komm schon ihr werdet doch gerade ausfliegen könnte so es war mir entlang worten damit ist der bereich auch wieder safe und wir können dann machen wir hier noch eine station hin wir sind dreist wir sonst überall aufbauen was sind die los sie durften ihre spezialfähigkeit verwenden dankeschön ich glaube ich bin irgendwie spätestens 8472 scheint nicht mehr so auf angriff aus zu sein ich meine die kleinen dinge oder was der hier rumschießt es ist ja irgendwie gar nix ich bin auch gerade ganz gänzlich im falschen eck unterwegs das kann natürlich auch sein gar kein lebenszeichen von denen ist ja auch ein bisschen neuer wird hier ist irgendein nebel radioaktiv ok ok dann müssen wir nicht unbedingt hin dann worten wir einfach mal darunter kann ja nur gutes dabei rauskommen du kannst du jetzt ist gut du mir noch ein kleines station geboren und die lernst nie hei 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 ein torpedor ist jetzt der kann es reparieren ok dann befehl patrouillieren von hier nach da und du brauchst uns jetzt einfach mal hier hinten ein kleines transportor hin oder auch zwei oder drei sneaky ich glaube ich spinn was der sich traut ist ja das ist richtig da ist ok aber nicht mit mir da ziemlich wenig die zum stech grad fest und dass er hier was abbaut finde ich natürlich ist auch nicht gerade so rosig äh löscht du den planeten in Ruhe ok was haben wir denn hier noch alles haben wir denn hierzu vielleicht noch irgendwie ein konstruktionsschiff stehen ah hier haben wir noch eins fix du mal hier hoch und du fix hier hoch und du baust mir einfach mein kleines geschütz hier hin ähm ihr demontiert euch jetzt einfach mal alle und steigen wir jetzt komplett auf taktikum um und ja werden mal schauen dass wir hier den gegner mal ein für alle mal auslöschen können der ist recht weit abgebaut also auch schon ziemlich klein geworden 1 2 3 4 ok sind alle baug drum wenn wir mal von hinten bis aufrund so rumfahren lalalala ok hauptsache hier steht noch ein bisschen was rum wir machen das ist richtig und zwar hier in worten hier entlang kommen beeilung du fix mal hier hin du fix dort hin und wo haben wir denn hier den recycler ja da haben wir schon wir tun wir Metall in Delizia umwandeln wir haben wirklich viel zu viel Metall damit können wir wieder bauen und weiter warpen und das Transwopter braucht verdammt lange aber es für uns treue Dienste leisten ich meine von einer auf der anderen Sekunde mal quer durch den Kosmos reisen das hat schon was ja wollte man davon einfach gar nicht durch und ein kleiner Lied zum Mond und du hörst auf meine Sachen hier anzugreifen ich glaube ich spinne komm schon beschützt den Assembler hahaha und nun? dann guckst du bitte aus der Wäsche was aufbauen perfekt und weiter warpen was zum Geier naaa ja komm 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 nein greift nicht die eigenen Leute an was soll das? ja von malteite Sporen Technologie oder was sie da auch immer aufwenden aber zum Glück hat der hier überlebt da kann so kein Geschütz Zümchen aufbauen ähm mach jetzt gar keiner mehr ok bauen wir hier mal weiter äh ja wir bauen hier mal weiter indem wir durch die Gegend fliegen nein wir fliegen hier mal weiter können wir denn schon ja wir können was neues erforschen machen wir doch gleich mal die Waffentechnologie ähh erscheint der echt öfters zu kommen na gut müssen wir halt irgendwas bauen dass diese Viecher abschießen kann habe ich so kein Problem damit haha nicht getroffen ähm dann werden wir einmal hier entlang fliegen noch mal ein paar Kuben das Transformator ist auch schon fast fertig dann wird es Zeit den das ganze ist welcher Böse oh 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 aber bitte raus dankeschön aber bitte raus dankeschön wir haben ja wir haben ja nochmal was ok einfach mal alles hier zu flaschen was brauchen du nicht ist eine andere sache na komm du kommst rechtzeitig und es sind schon zwei wo wir sind das ist doch schlimm montage ist gerade nichts mehr ich habe keinen bock irgendwie extra noch was hinzubauen etwas neu zu bauen meine ich so du wirst mit aufgenommen und ach komm es gut es gut so was soll so wo seid setzt was mich wütend gemacht damit in borg das wollt ihr doch nicht na okay ich sehe euch überraschung transport tor allemann hier rein und schon einung glaube ich habe das transport an der dümmsten stelle überhaupt hinge platziert und jetzt rein damit 1 2 3 4 5 keine mainz sind das ist eine bockin version kommt schon aus der kanal offen flieg rein flieg rein das ist nochmal die hier da okay nun haben wir alles was brauchen und angriff leute also ob die jetzt noch irgendeine chance gegen uns hätten was haben wir den schiffsbewerf noch mal kracht ok dann wird das nächste eine schutzsteigerung einsteigerung der schutzsteiger sein ja hallo ist gedacht dass wer sitzt hier deaktivieren und zum henke verstecken die sich kommt raus einfach mal hier durchfliegen passt schon ah ok wir haben nicht weit gefunden haben jetzt auf die art irgendwelche fachen umgangen ich weiß gar nicht das heißt es gerade wenig ausgemacht jetzt da so sieht es doch schon viel besser aus feuer frei feuer 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 der stört alles und jene in diesem raumgitter widerstand ist zwecklos oh es sind doch einige kuben gefallen aber na gut es müssen opfer gebracht werden um das kollektiv zu beschützen da kommen wir können auch einfach hier direkt angreifen wäre doch bestimmt effektiv oder jetzt sagt bloß nach genau befehle reparatur am gesamten gedocke dann befehl suchen zu stören befehl suchen zu stören ich doch mehr auf sensor reichweite gehen sollen nach verdammt wir haben spezies 8472 aus diesem gitter vertrieben und die spalte gesichert wir haben jetzt genug zeit uns auf die reise in den flüssig raum vorzubereiten damit tschüss und bis zum nächsten mal